hi freunde liebe wasander freunde liebe community grüßt euch alle miteinander und was geht heute ab ja was geht ab wir sind jetzt erstmal im hangar beziehungsweise naja wenn man das wasser hier als hangar bezeichnen kann es geht nämlich heute und dem premium bomber bv 238 aus dem deutschen fertigungsbaum oder forschungsbaum der hat ein battle rating von 33 der flieger und zwar im rb mode die mannschaft ist geskillt und zum ass erhoben quasi zum ritter geschlagen und dann schauen wir uns doch einmal an was lässt uns hier guide gene von dem flugzeug sehen eigentlich erst einmal vom schutz her bei gar nichts also ich habe gedacht mein bildschirm ist kaputt oder es funktioniert nicht aber wenn ich hier auf ausgehe kommt genau dasselbe bild wie wenn ich auf schutz gehe und das sehen wir eigentlich nur hier vorne eine kleine stahlplatte mit fünf millimeter also das ist naja ich hätte sagen also auf das kleine ding hätten wir dann eigentlich auch noch verzichten können also auf das noch bietet natürlich nicht den großen schutz ich hatte also echt gedacht der hat ein paar panzerplatten drin naja so paar stahlplatten ja wie halt die b17 die flying fortress aber nein also das flugzeug hat wirklich nichts und wenn wir uns die module anschauen dann sitzen wir eigentlich wunderbar auf ein pulver fass quasi wir haben hier also schon mal drei tanks auf jeder seite haben wir drei tanks jordes faggt dann immer recht schnell wenn sie dann einschießen ich konnte aber auch nicht rausfinden ob das selbst abdichtete tank sind ja oder nein da konnte ich also wirklich nichts herauslesen und wenn man dann einmal zur bewaffnung kommen also da dort da wird es einem richtig schwummerig vor augen wir haben also hier vorne mg das sind also vier stück und das ist 13 mm mg was hier vorne verbaut ist vier stück dann haben wir oben in der kanzel haben wir ein doppel mg drinnen mit 20 mm das rotzt also auch schon ganz schön raus da und dann haben wir in den tragflächen jeweils rechts und links in der gondel drinnen auch ein mg schützen sitzen und der gute mensch der hat also auch vier mgs die er bedienen kann auf jeder seite und nach hinten raus im heck haben wir also auch noch einmal vier mgs die bedient werden können und der spieler im geben kann natürlich auch die mgs bedienen er muss halt dann in die schützen ansicht wechseln dann kann er die mgs auch bedienen was die bombenzuladung betrifft also da sind wir ja natürlich ganz schön vollgepackt wenn man da mal reinschauen in die modifikationen und das sehen sehen wir man kann also einmal 0 zu laden das hat also so wenig sind wie sonst nur irgendwas und dann können wir einmal zu laden 20 x 250 kilo schade dass es nicht noch irgendwie andere stügelungen gibt aber trotzdem kommt man eigentlich mit denen ganz gut zurecht zumindest was bei mir der fall und ihr seht das flugzeug ist ja auch komplett mit module bestückt ist klar ist premium maschine ein bisschen auszeichnung da hinten fehlt mir noch ein bisschen was das kriege ich aber auch noch zusammen ja ansonsten tätig einfach mal sagen dann werde ich die geschichte des flugzeuges die werde ich im eigentlichen gameplay erzählen weil sonst wird das gameplay oder dieses replay hier viel zu lang und was ich noch sagen wollte das ist ein replay was ich aufgenommen habe ich hatte mehrere spiele absolviert aber ich glaube das war mit abstand das nicht das beste aber sagen wir mal das interessanteste von den ganzen game games die ich da absolviert habe und dann steigen wir halt jetzt mal gleich sofort in das replay ein also bis gleich tschüssi so leute dann kommen wir mal zu dem geschichtlichen teil den ich erzählen kann über dieses flugboot also die bv 238 war ein flugboot des herstellers lohm und foss aus der zeit des zweiten weltkrieges es war das schwerste flugboot und das schwerste flugzeug des krieges noch einige tonnen schwerer als die b29 der erste prototyp die v1 also nicht zu verwechseln mit der rakete v1 flog erstmals am 11 märz 1944 nachdem er am vortag bereits einen kurzen hüpfer gemacht hat als antrieb dienten 6 daimler benz 603 triebwerke in nach vorne gelagerten triebwerksgondeln der bau von zwei weiteren prototypen wurde begonnen aber nicht abgeschlossen da kommt jetzt einmal eine slow motion dazwischen da seht ihr mal wie meine kunst schützen ein jäger bearbeiten aber das wird nicht recht viel werden und der will mich natürlich auch bearbeiten das ist ja ganz logisch deswegen ist er ja zu mir herangeflogen damit er mich runter holt der will doch auch silvereins verdienen und wer ist stärker also ich bin größer der könnte bei mir reinpassen wahrscheinlich in mein laderaum so ungefähr aber nur gut was soll's jetzt schießt er auf mich schön daneben mir ist also gar nicht immer so viel passiert ich räuchle zwar schon ein bisschen jetzt schiesse ich wieder zurück aber es geht natürlich immer alles voll daneben von diesen kunstschützen die da in meinem flugzeug drinnen sitzen er macht da jetzt eine schöne pirouette und will mich natürlich weiterhin attackieren das ist ganz klar so sind die halt nicht geben keine ruge und da kommt es wieder was ich sage die haben keinen respekt vor deinen maschinengewehren in diesem flugzeug die legen es einfach drauf an naja sollen sie es nur probieren gell ist ja kein problem schießen sie uns ab gehen wir ins nächste match schießen sie uns nicht ab fliegen wir halt noch ein stück weiter ok also fahren wir mal weiter fort in der geschichte denn das flugzeug hier das hat sie jetzt nämlich ein bisschen zerlegt die bv 238 ging ursprünglich wie die bv 222 aus der forderung der lufthansa nach einem zivilen flugboot hervor das ab 1941 militärisch genutzt wurde die bv 238 sollte jedoch noch größer als die bv 222 werden außerdem sollte sie erheblich verbesserte seegangsleistung aufweisen und sie wurde getestet bis zu einem seegang 5 im modellversuch was immer das auch heißt und sollte für einsätze bis zu vier wochen im atlantik parat sein zur minderung des risikos dass der bau eines derartigen großen flugzeuges damals bot wurde im voraus durch die flugtechnische Fertigungsgemeinschaft GmbH in Prag ein verkleinertes Modell die FG 227 gebaut bei welcher 6 ILO FL2 Schrägstrich 400 Motoren mit je 21 PS Leistung eingesetzt wurden wir haben es also ein Modellflugzeug gebaut ein wenig größeres und dann haben die das erstmal so getestet ob man eigentlich so einen großen Vogel bauen kann der dann auch angeblich fliegen sollte so jetzt wäre ich schon wieder beharkt schon wieder einer da der mahnt er muss es mit mir aufnehmen habe ich wieder eine kleine Slowmotion drinnen und jetzt räuchelt bei mir natürlich schon wieder etwas mehr ja ich habe halt Grillparty Barbecue wird gemacht bei mir oben deswegen raucht er so so und der schießt und schießt und schießt manchmal aber den glaube ich haben wir auch noch abgesämmelt dann wäre es zwei gewesen die wir abgesämmelt haben ja doch ich glaube der explodiert dann aber lasst euch mal überraschen ob das stimmt was ich sage traut mir nicht über den Weg schaut lieber selber hin auf jeden Fall fängt da glaube ich bei diesem Kerl hier das Drama mit meinem Flugzeug an der hat mich also da paar mal ganz lustig getroffen und dann verliere ich hinten von meinem Höhenleitwerk ein ganz schönes Drum konnte also dann nicht mehr nach rechts oder links steuern Seitenleitwerk und da hat natürlich das Drama bei mir angefangen und ihm geht jetzt ein Stück von Flügel flöten das geschieht ihm gescheit recht und jetzt ist er in Brand geraten so gut so sag ich nur ein toter Jäger ist ein guter Jäger so weiter geht's in der Geschichte dieses Flugzeug wurde für die Versuchsflüge mit einem Fahrwerk ausgerüstet der Erstflug fand aufgrund von Sabotage erst im September 1944 statt also deutlich nach dem Erstflug der V1 und endete mit einer Notlandung bereits 1942 hatte man mit dem Bau von Teilen für die V1 begonnen welche dann ab Januar 1944 zusammengesetzt wurden die Erprobung der V1 ab März 1944 zeigte ein gutes Flugverhalten und ebenso eine gute Wasserarbeit nach 38 Testflügen unter der Leitung von BV Chefpilot der Helmut Vasa Rodig musste die Erprobung aber am 23. Juni 1944 wird sich einstellen da auf dem Schalsee Entschuldigung Schalsee bei Seedorf in der sogenannten Fliegerbucht bei der Ortschaft Zuckerhut die Maschine getarnt dort vor Anker hätte ich jetzt beinahe gesagt lag und wurde angeblich am 24. April aber nach britischen Quellen am 4. Mai 1945 von sechs durch Bordraketen und Bordwaffenbeschuss sechs Maschinen beschädigt und zwar waren da angeblich beteiligt Taifun beziehungsweise Tempest Jagdbomber die Jagdbomber flogen dabei in drei Wellen aus Norden über Dargo an nach dem Krieg wurden die Reste dieser Maschine 1947 1948 zerlegt und verschrottet ebenso wie die noch im Bau befindliche V2 und V3 die wurden dann auch noch verschrottet die BV 238 gilt als der Höhepunkt des deutschen Seeflugzeugbaus und ist in mancher Hinsicht auch heute noch richtungweisend eine abgewandelte Variante mit Fahrwerk für den Landeinsatz das war unter der Bezeichnung BV 250 in Planung wurde aber nie gebaut so das war das mit der Geschichte Leute so jetzt geht es weiter ich bin also dermaßen angeschlagen ich kann also nur noch nach rechts oder nach links abkippen und im Vorgang hat man schon gesehen dass die Maschine steigt und wieder sinkt es hat also auch mit dem Gratausflug nicht mehr so funktioniert ich musste also dementsprechend mal Gas geben damit ich nicht abtrudel habe ich zu viel Gas gehabt oder die Geschwindigkeit war zu hoch links ist der Flugplatz da wollte ich eigentlich hin ist die Maschine gestiegen hatte ich zu wenig Gas ist sie natürlich abgeschmiert nach unten also mussten wir immer so ein Zwischending wählen mal ein bisschen Gas ein bisschen Gas weg und so weiter aber ich habe sie dann nicht mehr Richtung Flugplatz bekommen leider Gottes und wenn ihr euch das jetzt anschaut was jetzt passiert dann denkt ihr ups Sackle Zement das war ja klar ne Plutsch auf dem Boden und weg tschüss und neues Game ne nein Leute nichts neues Game weiter gehts ist also aufgetütscht wie so ein Stein den man so einen flachen Stein den man aufs Wasser drauf schmeißt ne so gekonnt aufgetütscht und wieder in die Höhe hat er natürlich auch ein bisschen Gas gegeben damit ich noch oben bleib dann ging das halt überhaupt wieder nicht mehr dann bin ich wieder abgeschmiert so dann gehts wieder rein in die Wiese wahrscheinlich ist das Sumpf ne so wie es ausschaut und dann denkt ihr naja jetzt ist aber wirklich Feierabend gell ne falsch gedacht kommen also kurz vor die Bäume zum Stehen welch ein Wunder ich hab schon gedacht jetzt ist der Flügel weg aber ne sie bleibt genau vor die Bäume stehen ne nichts passiert und da ich in der Nähe von dem Flugfeld war bin ich fast sogar repariert worden man höre und staune ich hätte es also wirklich selber nicht gedacht dass mein Flugzeug noch in Stand gesetzt wird und dann bin ich natürlich hup hup und ganz schnell zu die letzten zwei Ziele geflogen und habe mir gedacht okay wenn es halt beim ersten Mal nicht funktioniert hat jetzt hast du das Glück jetzt kannst du nochmal durchstarten jetzt probierst du mal die zwei Ziele noch ab zu knipsen und beim ersten Ziel gut da war ja nicht mehr viel zu machen da haben ja bloß noch wo weiß ich zwei Bömbchen gefehlt und das hatte ich dann natürlich auch ruck zuck hatte ich das weg und dann ging es zum letzten Ziel Flughafen oder Airfield habe ich natürlich dann nicht mehr beharkt bin dann Richtung Heimat wieder und habe dann auf Kleinziele noch versucht paar Bömbchen loszuwerden und da könnt ihr jetzt mal sehen wenn die Bomben aus den Schächten kommen was das für Dimensionen sind und zwar die Abstände wie der weiteste Abstand von diesen Bomben Schächten auf der linken und rechten Seite ist und ich sage jetzt einmal das sind locker 10, 12, 15 Meter was also vom linken äußersten Bomben Schacht zum rechten äußersten Bomben Schacht geht sind es bestimmt 15 Meter sag ich jetzt mal so locker geschätzt wer es genau weiß kann es mir ja im Kommentar schreiben vielleicht gibt es ja irgendwo noch Baupläne wo man das rauslesen kann wie weit diese Bomben Schächte dann voneinander entfernt sind weil da ist natürlich auch zu berücksichtigen wenn ihr auf Schiffe oder Kleinziele halt geht dann kann es euch also durchaus passieren dass die Bomben rechts und links neben dem Schiff runterfallen und Platsch macht es im Wasser und kommt bloß eine Wasserfontäne und das war es und dem Schiff ist nichts passiert was ich mir schon überlegt habe ob man dann das Flugzeug unter Umständen vielleicht versucht quer zu stellen damit eben diese große Differenz zwischen diesen Bomben Schächten nicht mehr so gravierend ist bin aber noch nie dazu gekommen die Maschine quer zu stellen wer es schon mal probiert hat könnte mir ja mal einen Erfahrungskommentar schreiben ist natürlich auch für die anderen Spieler interessant ob man da vielleicht etwas besser treffen kann nicht so dass die Bomben dann also rechts und links irgendwo daneben schlagen und nichts passiert wäre natürlich nicht so schön okay ansonsten bin ich mit dem Flugzeug recht zufrieden es müsste halt noch ein bisschen paar Panzerplatten irgendwo haben an den verletzlichen Stellen dann würde man auch nicht so schnell angeschlagen sein man das Battle Rating von 3-3 ich sage jetzt einmal okay anhand der Bewaffnung und der Bomben die wir transportieren können ist es möglicherweise richtig angesiedelt ich meine so 2,7 wäre auf jeden Fall zu niedrig 3,0 geschicht ja könnte vielleicht noch akzeptabel sein aber da möchte ich mich jetzt nicht weiter darüber auslassen ich glaube eigentlich so passt schon okay so dann sehen wir uns anschließend noch in einem kleinen Clip und in dem Clip geht es darum wie man jemand eine Base vor der Nase weggeschnappt hat und zwar war das folgendermaßen ich hatte mich wieder abgesprochen und wollte die mittlere Base nehmen und es war auch so abgemacht dass der rechte die rechte nimmt der linke nimmt die linke und ich nehme die mittlere warum der linke nicht nach links geflogen ist um seine linke Base anzugreifen weiß ich nicht auf jeden Fall war es dann einmal so dass ich dann eben auch schon etwas leicht angekratzt gerade so meine Base erreicht habe und wollte dann noch meine Bömpchen loswerden aber in dem Moment wo ich dann an der Base dran war oder kurz vor der Base war hat doch dieser linke gute freundliche Kollege mir die Base eigentlich weggeknipst ja gut mir blieb da nichts anderes übrig ich musste dann zur linken Base ausweichen und jetzt kommt dann die Situation da ich kurz vor der Base und Base ist weg ne ja was macht man da wenn Base weg ist ne hm guter Rad teuer gell und kommt Zeit kommt Rad da kommt nochmal eine Slow Motion wo mich noch einmal einer attackiert hat wie ich dann zur linken Base wollte war ja eh schon ein bisschen angekratzt und die linke Base habe ich dann auch nicht mehr ganz geschafft bin also dann auch immer nur seitlich geflogen beziehungsweise selbst das Gegensteuern hat also nicht mehr allzu viel gebracht und ich musste dann zwangsläufig an der Base vorbeifliegen leider Gottes und konnte da also dementsprechend keine Silver Lines mehr einfahren das war natürlich traurig für mich ich habe richtig geweint zwei Taschentücher habe ich verbraucht habe ich aber wieder aufgehängt zum Trocknen brauche ich ja noch weiterhin weil ich werde noch öfters weinen hier verliere ich natürlich schon wieder ein paar Trümmer boah so ist das Leben gell auf jeden Fall irgendeiner da hinten von die roten der schmiert noch ab ach ja Leute manchmal hat man es nicht einfach gell aber macht nichts ja ich wollte noch sagen also wie gesagt der Hintergrundton fehlt zwangsläufig weil das ein Ripley ist ich haue jetzt einfach noch eine Musik drauf eine anständige eine wo man einschläft na also die schon ein bisschen fetzt gell so dann treffen wir uns gleich im Hangar wieder gell zum Fazit also dann bis nachher Tschüssi so Leute da sind wir wieder im Hangar beziehungsweise hier mitten auf der See und wollen wir doch ein Fazit ziehen soweit es möglich ist ich sag jetzt einfach nur mal meine Einstellungen dazu Maschine ist also relativ schwerfällig ich meine das ist logisch bei dieser Größe und bei dem Gewicht kann die Maschine natürlich nicht wendig und agil sein das ist also ein Ding der Unmöglichkeit ich meine dass das zu der damaligen Zeit entwickelt worden ist das Flugzeug also Ende des zweiten Weltkrieges und dass das Ding überhaupt geflogen ist in dieser Technik oder mit dieser Technik wo die entwickelt haben alleine das ist schon eigentlich erstaunenswert dass man solche Flugzeuge bauen konnte und man muss halt damit auch gefühlvoll umgehen mit der Maschine und man muss sie auch gefühlvoll steuern es kann also passieren dass wenn ihr im leichten Sturzflug seid und die Maschine kommt dann auf die Höchstgeschwindigkeit ich glaub das war irgendwo bei 560 570 sowas das solltet also wirklich dann mal das Gas wegnehmen und wenn ihr sie dann steil nach oben zieht oder in die Kurve drückt kann es also durchaus der Fall sein dass hier euch die Meldung entgegen blinkt dass ihr hier einfach zu viele G-Kräfte auf das Flugzeug wirken und ihr irgendetwas verliert von dem Flugzeug und meistens immer das was nämlich ganz wichtig zum Fliegen ist nämlich irgendein Teil vom Flügel dann habe ich festgestellt in den ganzen Gameplays die ich jetzt gemacht habe die kleinste Beschädigung die kann das Flugboot schon manövrierunfähig machen beziehungsweise ihr bekommt so eine Schräglage dass ihr zu kämpfen habt dass das Flugboot in der Waagerechten bleibt und nicht abdriftet oder ihr müsst versuchen so weit dagegen zu steuern dass er eben nur noch in einem riesengroßen Kreis am Himmel bleibt so lange wie möglich das wisst ihr ja selber dass das also von Vorteil ist je länger dass ich oben bleibe umso mehr naja umso mehr nicht aber ich könnte dadurch noch ein paar Pünktchen vielleicht zusammen bekommen könnte ja auch unter Umständen vielleicht noch einen Flieger abschießen also es ist wichtig dass man so lange wie möglich am Himmel bleibt Vorteil hat natürlich diese Maschine in der Form dass ich halt eine Base sowas von weg radiere äh besser geht es ja gar nicht wenn ich so die anderen Bomber dann angucke dass ich also mindestens zweimal oder dreimal anfliegen muss um eine Base wegzubomben äh dann macht mir hier dieses Flugzeug schon recht viel Spaß und den Rest den klatsche ich halt dann aufs Irrfield und dann ist die Sache eigentlich gegessen denkt man ne aber ihr müsst erst einmal zu der Base kommen und dann müsst ihr auch noch den Rest aufs Irrfield äh schmeißen und das ist ja noch weiter hinten bei die äh roten bösen Feinde und ihr werdet es kaum glauben aber die Geier sag ich jetzt einmal so die Jagdpilotengeier die die warten ja nur auf euch die haben keine Angst vor den Geschützen glaubt mir das das seht ihr ja selber in den Gameplay was ihr jetzt von mir gesehen habt und ihr werdet es auch feststellen in eure eigenen Spielen dass die Jagdflieger wenn sie gescheite Maschinen dabei haben die haben keinen Respekt vor euch die starke Bewaffnung ist natürlich super wenn sie das versprechen andersrum gesagt wenn sie das halten würde was sie verspricht alleine wenn man schon hinschaut dann denkt man ja mein Gott da rotz ich doch jeden den Jäger der mir entgegen kommt oder von der Seite was böses will oder von hinten den rotz ich doch weg nein 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 Leute so ist es nicht im Gegenteil ihr müsst aufpassen dass die euch nicht weg rotzen ja und dann müsst ihr halt natürlich in die Schützenansicht wechseln damit ihr dann dementsprechend das Geschütz bedienen könnt was ganz wichtig ist was ich in den Spielen festgestellt habe die Absprache wenn also mehrere solcher Maschinen unterwegs sind und das ist jetzt in den letzten Spielen die ich gemacht habe überwiegend der Fall gewesen dass mindestens drei vier oder sogar fünf Bombermaschinen unterwegs waren müsst ihr euch absprechen wer welche Base und wer dann alles zum Flugfeld fliegt die Absprache hat bei mir ja sag ich jetzt mal so bei drei Maschinen meistens geklappt wenn wir Glück hatten und wir waren bloß zu zweit oder zu dritt dann war es ja gar kein Problem dann hat man nur gesagt ich nehme halt die mittlere Base oder die linke etc. und dann war der Käse gegessen und die anderen haben zugestimmt bei vier Maschinen wird es natürlich dann schon problematisch ich habe mich dann meistens angeboten und habe gesagt gut dann gehe ich auf die kleinen Ziele und wenn ihr fertig seid dann fliege ich zur Airfield das war natürlich ein großer Versprecher von mir weil ich meine bis zum Airfield musst erst mal kommen und wie gesagt die roten bösen kleinen Wichte dort die lauern ja bloß auf euch und die schießen euch erbarmungslos runter vom Hümmel dann habe ich noch festgestellt in insgesamt drei Matches da waren wir zu dritt unterwegs und haben uns auch abgesprochen und ich habe gesagt gut dann nehme ich die mittlere Base und Entschuldigung und ja der rechte Nachbar von mir der ist auf die Rechte geflogen der linke Nachbar ist dann auch zur mittleren Base geflogen warum weiß ich nicht ich habe es also nicht in Deutsch geschrieben sondern schon in Englisch weil es waren also sehr viele ausländische Spieler mit am Werk und es wurde eigentlich der Sache zugestimmt und siehe da also kurz bevor ich dann die Base erreicht habe auch schon leicht angeschlagen hat er mir natürlich die Base vor der Nase weg gebombt das ist natürlich eine unschöne Sache ich habe dann auch zurückgeschrieben und er hat dann nur gemeint ob ich irgendwelche Probleme habe ja solche Spieler gibt es natürlich dann auch die sich also an die Absprachen entweder nicht halten oder nicht verstanden haben oder wie auch immer keine Ahnung dann der nächste Nachteil den ich herausgefunden habe bei der Maschine wenn ihr Not landen müsst auf dem Wasser dann habt ihr das Problem selbst wenn die Motoren ausgekühlt und abgekühlt sind es heißt dann ursprünglich ur plötzlich heißt es dann das war eine Lotlandung und du kannst jetzt aussteigen mit der J-Taste und die Motoren springen nicht mehr an finde ich natürlich irgendwie ein Nachteil weil das Flugboot von mir war also flugtauglich die Maschinen Motoren waren nur überhitzt weil ich eben ein Öl und Wasser Leck hatte bin dann runter aufs Meer habe dann gelandet habe gewartet bis die Motoren abgekühlt waren und die Motoren sprangen aber nicht mehr an na gut ob das so sein muss ich weiß nicht ist ein wenig ein Nachteil dann habe ich festgestellt also in vielen meiner Games habe ich den Anflug geschafft manchmal leicht angeschlagen manchmal auch noch voll intakt und manchmal habe ich es dann auch noch geschafft bis zur zweiten Base die Automatik schützen also das sind nicht immer so die besten ich glaube da kommt es auch auf den Tag drauf an wie die wollen also manchmal treffen sie gar nichts und manchmal hast du Glück und die holen zwei Flieger runter das gibt natürlich saumäßig viele Punkte eine Base weg oder eineinhalb Base weg und dann noch zwei Flieger abschießen also das gibt mächtig Punkte wenn ihr natürlich auf Kleinziele gehen müsst dann habt ihr natürlich schon ein wenig die A-Karte gezogen sage ich jetzt mal weil bis ihr diese 20 Bomben auf Kleinziele abgeladen habt vergeht schon eine gewisse Zeit und Zeit ist ja kostbar das wisst ihr je länger ich in der Luft bin umso eher besteht die Gefahr dass wieder irgend so ein ich will nicht sagen Knalldödel die haben ja recht wenn sie euch vom Himmel holen wollen die Jäger aber die kommen dann und ihr werdet lädiert und könnt euren Flugweg oder eure Flugbahn nicht mehr so fortsetzen dass ihr dann eure Ziele gescheit ansteuern könnt dann gehört da sowieso der Katz dann müsst ihr bloß noch schauen dass er so lang wie möglich oben bleibt und was mir noch so aufgefallen ist in der letzten Zeit also ich habe dann mit der B-17 aus dem USA Baum gespielt und mit der B-17 vom japanischen Baum die habe ich jetzt auch noch einmal schnell durchgespielt um einen Vergleich ziehen zu können zwischen diesen Bombern und mir ist halt aufgefallen kaum bist du an der Base das sind aber die Jagdflieger auch schon auf 4,5 bis 5,5 tausend Meter Höhe weiß nicht wie die das schaffen jetzt das könnte mir ja mal einer im Kommentar schreiben also ich habe es damals mit meinen lumpigen Maschinen nicht geschafft so weit oder so schnell hoch zu kommen also da sind die Bomber meistens schon wieder auf dem Rückweg gewesen und ich bin dann immer noch hochgekrebst also vielleicht haben die ja einen Fahrstuhl oder keine Abkürzung ich weiß es nicht also schreibt es mir das in den Kommentar weil ich weiß es echt nicht wie die das schaffen dass die dann schon so weit oben sind man kann mit der Maschine wenn es gut läuft wirklich SL farmen also das muss man der Maschine zugute halten gut es ist ja auch eine Premium Maschine aber da bleibt wirklich unter dem Strich was übrig und wenn ihr Glück habt könnt ihr da also ganz schön was anhäufen meine ersten nein nicht die ersten Spiele sondern es waren Spiele dabei da wurde ich also schon kurz knapp vor der Base abgeschossen ja gut da gibt es natürlich also so gut wie gar keine Silver Lines da hat man halt dann Pech gehabt aber es gibt ja auch andere Spiele die dann nochmal besser laufen und dann ja braucht man schon eine Schubkarre um die Silver Lines abzutransportieren es kommt natürlich auch darauf an auf welcher Map das ihr seid das hat also auch noch sag ich jetzt mal einen großen Einfluss da drauf was euch so begegnet unter Umständen und wie ihr und welche Ziele ihr bekämpfen könnt könnt wenn wir dann alle Bomber miteinander vergleicht die also in dieser Größenkategorie momentan hier bei Gaijin zum Spielen sind dann nehmen die sich in der Regel alle nicht viel gut bei dem einen Bomber kann er ganze Base wegnehmen beim zweiten Bomber ja da muss ich halt noch einmal anfliegen ich muss auf aus Größen großen Höhen muss ich agieren früher war das einmal ein bisschen anders da konnte man auch einmal mit dem Bomber tief unten am Boden lang fliegen das könnt ihr ja mit der Maschine hier mal probieren ihr müsst ja dann bloß ein bisschen steigen dass wenn ihr eure Bomben abschmeißt dass euch nicht irgendein Flügel verloren geht oder ihr müsst die Zeitzünder einstellen auf 5, 6, 7 Sekunden oder so dann sollte es auch machbar sein bei fahrenden Zielen müsst ihr natürlich dann eure Zeitverzögerung mit EI kalkulieren und dürft es halt nicht direkt über den fahrenden Panzer runterlassen weil der ist natürlich dann schon etliche 100 Meter weg bevor die Bombe explodiert und dann habt ihr also die auch umersonst abgeschmissen weil es kostet ja eigentlich naja umersonst habt ihr sie ja nicht abgeschmissen jede Bombe kostet ja Silberlines ne ok also ich meine das soll jetzt einmal von mir das Fazit gewesen sein bildet eure eigene Meinung nehmt die Maschine sie ist wirklich nicht so schlecht ihr müsst halt nur Geduld haben und dürft sie auch nicht fliegen wie einen Schlachtflieger oder wie ein Jäger also da kommt er dann mit Sicherheit nicht allzu weit gut das soll es gewesen sein ich sage einmal Dankeschön dass ihr euch die Zeit genommen habt gebt es mir doch ein Like wenn es gut war oder auch nicht hängt von euch ab wie ihr das meint einen Kommentar könnt ihr auch schreiben wenn es gut war wenn es schlecht war könnt ihr auch anschreiben dann machen wir es das nächste Mal besser sehen tun wir uns wieder wenn ich ein neues Video hochlade und dann sage ich einmal im Sinne der ganzen Sache hier habe die Ehre tschüss habt viel Spaß in euren eigenen Spielen das war es erst einmal euer pvb ok Hallöchen hier meine Endcard vom Kanal pvb ok Servus grüßt euch Leute den Daumen unter meinem laufenden Video könnt ihr nicht anklicken das hat also YouTube noch nicht implementieren können ihr müsst den Daumen noch so aktivieren wie ihr es gewohnt seid in der Mitte unten wird dann mein Logo vom Kanal erscheinen das könnt ihr mit der Maus anklicken dann habt ihr meinen Kanal abonniert und ganz rechts außen wird dann das vorletzte Video angezeigt da könnt ihr dann auch mit der Maus draufklicken und euch das vorletzte Video anschauen vielen Dank für alle Zuschauer und Abonnenten die meinem Kanal treu geblieben sind Dankeschön Tschüss